Meine Freundin ist ein extrem großer Fan von Enrique Iglesias. Das ist so ein spanischer Sänger. Der ist viel hübscher als ich. Wir hören zu Hause die ganze Zeit die Musik von Enrique Iglesias. Auch wenn wir miteinander schlafen, hören wir die Musik von Enrique Iglesias. Meine Freundin stellt sich dann nämlich immer vor, dass auf ihr nicht Benedikt Mittmannsgruber liegt, sondern Enrique Iglesias. Und ich stelle mir dann immer vor, dass unter mir nicht meine Freundin liegt, sondern Enrique Iglesias.